So, WW2 mit der Bar auf der wundervollen, war das die Vorbesteller-Map oder so, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, das war doch glaube ich eine besondere Map. Schön im Schnee, schön wenn es kalt ist, denn mit der wundervollen Bar, ich glaube da ist tatsächlich sogar ein Bayonett dran. Wir sind hier im Herrschaftsmodus, das heißt wir versuchen die Domination der Gegner zu erreichen oder die Map-Kontrolle eher gesagt. Ich bin daher eher die Person, die versucht die Gegner von den Flaggen fernzuhalten und abzufangen auf bestimmten Laufwegen, anstatt dass ich sie direkt angreife. Also die Offensive ist bei mir hier auf diesem Spielmodi nicht so sehr vorhanden. Ich bin nicht die Person, die gerne die Flaggen erobert, das ist absolut nicht meins. Weil beim Flaggenerobern bin ich einfach, ich habe immer dieses Pech, dass ich immer draufgehe, weil mein Team mir nicht hilft. Da bin ich eher die Person, die dann versucht, mein Team-Mate zwischen den Rücken zu decken. Und dann sterbe ich durch einen Sniper, gibt es doch nicht. Aber hey, ein Double-Kill, immerhin das, ne? Er hat zwar Glück, dass, also der da oben hatte Glück, dass er mich weggesnipet hat, aber hatte halt am Ende Pech, dass ich doch noch da war. Und dann nochmal eine Bombe auf seine Mates werfen kann und da oben dieser Sniper, ach. Mit der Reihenfeuerpistole daneben geschossen, das ist natürlich ärgerlich. Nicht genug Munition da drin, um einen längeren Feuerstoß abzugeben. Das ist wirklich ärgerlich, mein Freund. Das ist wirklich ärgerlich. Aber im Gebäude da aufhalten ist immer blöd, finde ich. Ich finde dieses Gebäude hier bei Weitem besser. Da kann man Leute, welche über die große Straße wollen, die Hauptstraße nächstes Mal gut abfahren. Man kann die Leute in dem Gebäude teilweise ein bisschen rankriegen. Man kann leicht auf B aufpassen. Ich kann in die Gegner-Position reinschauen, von wo sie spawnen. Ich kann hier runtergucken, wie gesagt. Man hat also eine recht gute Kontrolle über A. Man hat eine sehr gute Kontrolle über C. Man hat eine relativ akzeptable Defensive für B. So sehe ich das. Natürlich kann man es noch anders machen, besser handhaben. Aber so wie ich spiele, also mein Spielstil ist dafür relativ gut ausgelegt. In der zweiten Hälfte sind wir natürlich jetzt hier im gegenüberliegenden Gebäude. Das ist nicht so angenehm wie das andere. Da bin ich primär auch mehr am Rumlaufen, anstatt dass ich nur so in dem einen Gebäude sitze, bleibe ich so ein bisschen on the move, nenne ich es mal. Weil ich versuche da möglichst nicht an einer Stelle zu bleiben. Weil ich finde, man hat hier zu wenig offene Fenster und Co., um gut die Kontrolle zu halten. Und es ist auch viel zu eng, um einer größeren Menge an Gegnern auszuweichen oder schnell zu entkommen. Deswegen kann ich an solchen Gebäuden nicht gut bleiben. Man muss aber auffassen, hier durch diese Wand hier links vor mir kann man durchschießen. Das ist sehr, sehr risky da zu sitzen. Aber es hat diesmal ja für mich gut geklappt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Rimske. Danke fürs Zusehen. Lasst ein paar Bewertungen da, ein paar Kritiken, wie ich mich verbessern kann. Haut rein. .